Wir kommen zu One Piece Parodress 3 Weil ich gerade wieder Lust habe es zu zucken Ähm, Not Verbindung, okay Wo sind wir stehen geblieben? Ich glaube genau da im Abenteuer Von Nasa Bori Oh, ich muss mich wieder rein finden in dem Game Mit Nami, okay Ja, mal sehen mit wem ich spiele Also ich kann mir zwischen den Stroho Piraten wählen Äh, jetzt weiß ich gar nicht Mit wem ich anfangen soll Also mit Brook und Frankie habe ich noch gar nicht gespielt Ja Warum eigentlich habe ich Lust auf ihn? Oder auf Zorro So Okay, davon habe ich noch nicht genug Wie geht sich das aus? Ja Ja Entweder Okay Ja, das geht sich nicht mehr aus Ja, das geht sich nicht mehr aus Verrückt Verrückt dich Gefühlen stark Okay Ja, das geht nicht mehr aus Ja, das geht nicht mehr aus So ist es ein Gefühl, stark Egal. Spielen wir mit Franky? Ah, mit Franky, das sag ich schon. Ich meine mit... ...Brooke. Naja, ich muss auch los überspringen. Das ist Blue Kid. Okay, was geben wir ihm am besten? Ich würde jetzt tatsächlich das geben, ja. Müsste man am besten. So. Ja, das ist kein spaßiger. Ja. 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 Oh, verdammt. Naja, vielleicht wäre es besser gewesen, dass ich für einen anderen Spieler... Aber ich hätte Lust auf Fabric irgendwie. Es ist schon ein komisches Gefühl nach zwei Monaten, weder Wampus Barber, als Scheid zu spielen. Ah, okay, ist gut. Levelaufstieg, nice. Ah, schon fast wieder 500 Kills. Da bekomme ich gleich einen Angriffsboost. Ich bin, glaube ich, auf Schwer von Lassan. Ich glaube schon, dass ich letztes Mal so eingestellt habe. Ja, das wäre 2.500 Kills. Ah, jetzt ist es auch wirklich schade. Was ist das? Was müssen wir jetzt machen? Oh, das ist ein Kuss. Ich bin noch nicht so schwer. Ich bin noch nicht so schwer. Jetzt, ich bin noch nicht so schwer. Okta beschützen wahrscheinlich, oder? ein verbündeter flieder hier dann darf ich zusehen dass keiner drauf geht jede menge kohle ist rechts krasse für die zuschauer zu bekommen mitten im nach in der nacht und die uhrzeit freut mich lebeaufstieg das geht ja ziemlich schnell vielleicht wenn ich etwas unterlevelt und ich habe eine trafee erhalten ok ja ich muss schauen dass ich die gegner da weg bekomme bei okta ich hoffe das trifft jetzt die menge gehen naja geht naja gut jetzt präsentieren das in die falsche richtung herkennen ich habe mir keiner mit ihm lassen habe hier weg stirbe einfach da und er will nicht sterben ab wie ist auch der jetzt eigentlich auch da ja lad also mit dem kopfluss das finde ich immer lustig wenn sowas angezeigt wird okay ich muss auch da helfen wow da sind richtig viele gegner was fängt mir zu es ist ein ernst scheiße das ging glaube ich daneben ja verdammt ja jetzt verschwinden der geht noch praktisch was ist denn das sieht krass aus das ist ein move wer greift an und ein weiterer level aufstieg ich bin definitiv überlevelt wenn ich schon so viele level aufstiegs bekomme schon wieder das gibt es doch nicht mach ich das schnell weg mit euch ich muss auf dir helfen ja ich bin ja du bist da lol direkt neben mir und das probleme ich merke mehr los ich bin eigentlich hier direkt neben dem okta und der hat probleme obwohl ich eigentlich eh schon dabei bin der gegner zu ergänzen sieht man dass ich hier noch etwas zu schwach bin mit blut nicht so lange für den gegner brauche schauen wir zu das wieder die gegner ja auch wegbekommen jetzt haben wir tüten ist das jetzt einfach zu wüste aber dann jetzt gibt es einen richtigen ich habe es ja richtig drauf jetzt muss ich schauen ob ich wirklich auch schwer spieler aber ich vermute ich bin einfach zu gut wenn es nicht übertragen wird ach komm das ging richtig in die rote ja wobei da waren auch nicht viele gegner vielleicht hat es zum meisten auch getroffen aber jetzt bin ich eigentlich schon mit dir verbunden ja ok jetzt einfach von da aus weiter da sind die nächste gegner ja wenn es über kommt wird es dann lustig mit einem der drei admirale oh ok läuft jetzt sind sie auch da ja das ist gut ja ok ok wirklich ja dann hätte ich dich nochmal nehmen wenn du vor allem kein problem warst du musst du jetzt auch sowas haben ja schon wieder weg ja oh god da kam noch mehr was soll das der ist aber tot ja da bekomme ich sicher sehr viele Menschen wenn man so verkehrt ist nicht ganz oder der lebt nein der ist besiegt er bekomme ich darüber überhaupt nicht die tüte also nicht ganz ich kann sie ja nur zerstören jetzt hör auf hör auf meine angriffe zu blocken weg mit dem weg mit dem jetzt einfach zu den anderen weiter irgendwo geh ich ein bisschen hin ich denke mal geradeaus das und das und das und das und frankland ich habe jetzt schon wieder fast 3000 erledigt das ist echt gut und schon wieder sein erledigt das auch gerade jetzt ist die kassel oder das wird schon ein spaß wo sind Wo sind die? Alles klar, Sintomara ist aufgetaucht. Ach Gott, da ist Kisawa. Das kann ein Spaß machen. Ich hoffe, das macht schade. Irgendwie schon, ja. Der Papuk hat irgendwie immer so ein Problem. Wenn er so Muscheangriff macht. Ja, jetzt dreht der doch, der Typ. Das muss der jetzt einfach reichen. Bist der jetzt verschwunden? Schauen Sie mal. Ach, jetzt ist er hier. Jetzt bleibt doch mal da. Mist. Er hat ihn fast. Oh, mein Name sieht gerade nicht so rosig aus. Damit habe ich ihn getroffen. Komm, einmal noch. Ups, das war jetzt unerzüglich aber auch gut. Geh darauf, danke. Ja, geht irgendwie. Ja, geht irgendwie. Hätte ich schon gedacht, der könnte mich töten. Ähm. Wo geht es hier jetzt weiter? Mein Schatz hat mir jetzt vorher geschütten. Ja, das muss ich jetzt wieder überspringen. Das ist jetzt blöd, wenn die Tore verschossen sind und keine Gegner dran sind. Ja. Während meine Kisunowash läuft. Äh, hallo? Wo muss ich jetzt denn? Ist da jetzt doch der Weg frei? Ich dachte, das wäre versperrt. Ja. Mit Kisunowash ist jetzt eh gleich zu Ende. Dass ich da noch Kipner erwische. Ja, am Fall erwische ich noch. Ich finde das nicht wie immer der Verschweinung, wenn du Kisunowash gerade aktiv wirst und das zu Ende geht. Wenn keine Gegner da sind. Ah, ne, blab. Das geht ja so schnell. Ich glaube, ich kann mir immer ausversehen auf die R2-Ruster. Das ist jetzt nicht verabschiedet worden. Das ist jetzt nicht verabschiedet worden. Zerstören wir Sentimaro. Wow, der würde so ziemlich zerstört. Aber auf übelste Weise. Oho. 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 Das ist ziemlich stark. Er hätte mir ja das konzentriert, wenn wir noch ein Gegner werden, aber egal. Vielleicht kommen die ja jetzt. Oho. 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 Autsch, die machen schon, ich glaube ich spiele wirklich auf schwer. Ah, das ist jetzt vielleicht nervig, wenn ich immer meinen Superangriff da spamen muss, aber wenn die mir so viel Charme machen... Können die jetzt mal Plitte sterben? Die haben wir ja ein richtiges Anliegen. Die haben wir eine richtige Verteidigung. Wo ich eh schon so einen Angriff brust habe. Was ist jetzt unsere Ziele eigentlich? Habe ich die nicht? Oh, ok. Ach na, die... das Toy ist da noch einmal verschossen. Muss ich das Gebiet da eigentlich nehmen? Wahrscheinlich. Ach so, ja, ich verstehe schon, jetzt weiß ich. Okay. Moment, wo sind die Pazifisten? Die sind da. Hey, ich habe eine Zeit. Ich werde wieder zurückgehen. Ich werde wieder zurückgehen. Hallo, wie soll ich das machen? Wo sind denn das unterhebt? Wo sind wir zurückgehen? thought wir nicht wegen allem nach. Aber ich bin du动be 40-iger verandert dich, wir warten. ok scherze ich sterbe fast kennt sie jetzt mal ein kreis da laufen verdammt ich brauche echt leben verdammt was machst du ja genau machst du jetzt und müssen wir in dem rahmen der sterben auch scheiße ich bin fast tot achst du die sonne schon tot ich brauche unbedingt leben verdammt perfekt die haben da Schwierigkeiten ok jetzt sollte ich da nachhelfen ach da ist noch ein Pazifista sind noch mehr davon unterwegs ein weiteres Scherzer wenn das wollen wir nicht kommen Zoro braucht dann Hilfe ich habe den jetzt so zugestellt oh ein weiterer Pazifist verdammt reicht es jetzt langsam mal oh vollkommene Zerstörer ich wurde da ich habe den 4.000 Zerstörer oh der ist lange gedauert ich dachte schon du würdest jetzt geputert werden haben wir jetzt alles aber wann geht es jetzt weiter ok Mission erfolgreich durch kommt das nächste jetzt ist Zoro raus und Naomi wo war eigentlich Chopper und Robin die waren da überhaupt nicht ok ok jetzt muss ich super verhälten ja 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 ich spiele wirklich aufsteigen so wie ich fast drauf geh ja weit hallo zitane ich habe ja vor zwei monaten so was angefangen dann habe ich hier eine lange pause gehabt ok verdammt ich glaube als nächstes ist es dann eher Ampletown oh verdammt oh scheiße du meinst burning blood findest du besser als one piece by reduce 3 naja ich finde allgemein die warriors reihe ziemlich geil weil du da eben einfach besiegt ja einfach so mit einem charakter über 1000 menschen einfach abschlachten kannst das bockt auch ziemlich aber ich kann schon verstehen wenn man auf tecken steht dann ist burning blood sicher ein geiles spiel also was einem ziemlich gefällt das war noch heiß bei dem zeit ok 21 minuten und 40 sekunden stark so echt krass dafür dass buku eigentlich nur auf 11 20 war glaube ich etwas unterlevelt und eben nicht so die guten werte hatte weil mir eben die man zu viel und aber gut wow sieben level ist im kampf aufgestiegen krass ja bonus für den abschluss mit einem niedrigen level da sieht man es bekomme ich bonus ich kann sein ok da fiel mir nur noch 2 da war ich eigentlich gut dabei nur 8 für brug ok das ist sehr ja jetzt habe ich das sein spezieller angriff ein neuer gegenstand ok sie mit der namen schon ne ich will mich jetzt nicht verbinden was fehlt mir jetzt da noch alle schatten das erfüllt mir ja dann müsste ich mit namen spielen ach so äh musste ich mit einem gesunde spezielle angriff tippen naja kann ich dann machen ja ach da habe ich ähm tut ja gerne voll bei einem anderen fehlt mir noch einiges ja gut dann auf zur ampel down ach empfohlenes level war 30 bei dem ok da ist jetzt 32 20 naja hier ist jetzt spielig aufstehen aber geht klar was habe ich denn jetzt überhaupt dazu bekommen war fürs outfit muss sofort gekauft werden das auch ob ich dafür auch eine trofee bekommen wenn ich mir da genug Sachen kaufe, I don't know, weiß gar nichts, aber egal, ich mach's einfach. Ja, komm, spielen wir weiter. Ah, mit wem kann ich dann da spielen, mit Ivankov, Cembe, Krokodile auch, okay. Zwischendiefel kann ich mich entscheiden. Hm, auf wen hab ich Bock? Erstmal schauen, Outfit erinnern. Ach Gott, okay, kann ich nicht ändern, schade. Cimbe. Auf Ivankov kaffee ja weniger, entweder Krokodile oder Cembe. Ja. Ach, chill. Was bräuchert dafür? Ja, da fehlt mir das auch. Hab jetzt wieder alle verbraucht. Wär vielleicht doch nicht so gut gewesen. Ah, geil. Ja, das ist ja etwas bescheuert. Da noch. Muss ich schauen, dass ich bei Slots für Fähigkeiten da mehr bekomme. Ach, verdammt, geht gar nicht, wenn mir da eine Okta fehlt. Dann brauche ich unbedingt... Ja, machen wir es ja bis heute wieder. Noch zu holen. Bis zum Teil kann ich ihm mehr gehen. Ja, das geht auch noch. Ja, immer dieses Aufwerten ist vielleicht etwas in der Fall, aber das muss sein. Geht ja nicht. Ich fiel mir, äh, weit zu viel. Ich fiel mir, äh, weit zu viel. Oh, Moment, da kann ich noch was machen. Da bekommt er mehr Verteidigung. Wieso habe ich von Bellamy so viel? Und von Cäsar habe ich auch noch was. Ja, das ist schon so fast. Ja, kann ich jetzt auch nicht machen, okay. Äh, Periwax zumindest wichtig. 21 reicht. Denk ich mal. Wird spannend. Auch schwer. Ich habe wieder nur ein Slot frei. Naja. Und wann wird das noch zu verhindern? Braucht definitiv mehr Monsten. Ja, okay. Kein Verbündeter darf fliehen. Merke ich mir. Okay. Naja. Timmel ist schon ein krasser Dude. Dude. Das ist gut. Wo bin ich jetzt eigentlich? Ah, okay. Muss ich hier vergucken. Da war ein bisschen. Die Tür noch nicht. Finde ich. Ja. Okay. Geht eigentlich. Ja, Timmel ist schon sehr stark. Ich denke, das geht so. Oh mein Gott. Jetzt habe ich Scham bekommen. Hört auf mich zu treffen. Okay. Autsch. Das hat wehgetan. Schneller genommen. Da lebt er noch. Ja, ich mit meinen wenigen Angriffswerten. Das muss ich schneller noch. Das heißt, so viele Tüten wie möglich. Können wir ja eine Angriffsbundes nach den 500 Kills. Erstmal Paris schnappen. Befehl rief. Danke. Ate, nicht mehr. D opposier. Fangen. D schweg. Lass mich vor den 1,8% Schrauben. D schweg. D schweg. D schweg. D schweg. mit bauern carry kann ich mich auch verwenden aber nicht mit waffen alles klar ich habe mir keine verfügung der trotter ok level aufstieg nice kann der Zauberwache immer sterben da denkt wir unendlich leben also eine sehr hohe Verteidigung ja endlich du bist Zauberwache 4 ah level 4 ja level 4 meine ich was ist mein Ziel das ist das ist das ist alles 500 kurs ja da habe ich nun einen kleinen angriffskust bekommen schwer ist das heute etwas schwieriger mit weniger Angriffskraft da Kills zu bekommen. Das Schöpfen ist so schnell wie möglich. Ah, Magelans Gift zu... Schkotze, rät mich auf. Ich bin mir oft etwas. Wo muss ich jetzt hin? Ah, da. Ja. Das passiert, wenn man auf Schwerspiel mit so wenigen Angesorten. Wetter dich doch auf Ruff für Spielen, so. Oh, egal, ich warte, mal. Ich nehme immer die gleichen Kamikaze. Da habe ich mit Waffen schon genug gespielt. Ich schiebe noch nicht. Wir brauchen... Korki. Korkotal. Mr. Zero. Nein, der Korkotal ist Stärke, ja. Darf man hier jetzt gegen den Taubusweh kämpfen? Ja. Meine grammatischen... äh, grammatikalischen Künste sind wieder legendär. Schlecht. Das wird jetzt wützig. Ich mach gerade nicht viel Schauen. Ich glaub mir so viel. Ja, okay, das war jetzt. Krass. Oh, verdammt. Jetzt bin ich vergiftet, oder? Das ist Korkotal. Oh, verdammt. Verdammt, äh, ich sterbe noch. Wenn es so weitergeht. Kannst du jetzt nur noch einmal sterben? Ja. Wurde besiegt. Nice. Das sind noch. Geht noch. Ja, ob sich das jetzt auszahlt? Nicht wirklich. Ah, egal, ich verschwinde in der Lübe. Äh, muss ich jetzt nachschauen. Ist so noch, wenn du in der Trollen werken, wenn ich wieder das Leben hätte. Oder einfach ein Level Up. Hast du jetzt erreicht die Tür? Ach so. Ach so. Ach so. Ja. Ah, jetzt Level Up. Jetzt, wo ich es gesagt habe. Die Sonne Rush, soll mir etwas mehr Angriffskuss geben. Hoffentlich. Was passiert jetzt wieder? Oh, die sind jetzt mit dabei. Bargain ist dafür. Oh. Na, ja. ich habe es sicher besser ausgezahlt aber gut wenn ich so lange brauche für ein paar gehen sie sind Fennlitz ist aber ok einfach keine Besieger Oh jetzt ist Evo Kopf raus von Mr. True Moment mal... kann ich da... Türen aufmachen, oder? Praktisch. Okay, jetzt kann ich mich wieder mit, ähm, Bagi flanken. 1,000 Ehrlich, das ist ein Nexzuss. angst der nächste und das gibt es Ich werde dich verletzen! Ich werde dich verletzen! und da habe ich Mr. One nice ein verbinden äh verbinden mehr das kann ich so nicht aufmachen ok ich weiß nicht ich weiß nicht weil ich nicht 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 und das nächste level wird noch ok, trennen wir ab oh krass wie der einfach so einen Minotaur da rumschwimmen kann ok bevor das wieder verschwender ist weg mit dir schon zum zweiten mal noch auf das kann ich noch ziemlich praktisch dass er jetzt magenschmerzen hat so langsam aber sicher bekomme ich mal mehr an das bedeutet die Gegner werden dann einmal leichter zu büßen sein mach auf oh, verteidigung dazu, ja ja ich hoffe die anderen haben noch keine schwierigkeiten ja jetzt ist war fehl war fehl auf jeden fall hat er ziemlich große Angriffsfläche hier schön ja das sieht man also so jetzt wird er da wo korkodall ist wo ist die tanja wo ist der schon besiegt achte ist da vorne achte ist da vorne achte ist da vorne ok im ja ja ich ja ich mach es die Gegner zu packen und die einfach rumzuschleiden als wenn die hinter den Gegenstander war doch eine Waffe, die ich füllen könnte. So, Hanja bald so wirst zerstört. 2.000er direkt. Sehr gut. Kannst du jetzt so langsam mal sterben, Fanyabal? Danke. Oh, jetzt darf ich dann gegen Teach kämpfen. Oh ja, das wird ein Spaß. Okay. Level up, okay. Okay. Huh. 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 Ah. Huh. 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 so könntest du nicht, weil es sofort sterben barges ein levelaufstieg auch verdammt jetzt wird Teech wütend ich krieg es hier schon und wie gefällt dir das jetzt muss ich aufpassen irgendwann ist kurz davor zu fliegen Mr. Free ok der lebt noch ah Minotaurus ist wieder am leben naja dann komme ich hier mit meiner Acht um ihn das war ja Teech hat anscheinend überlebt dann mach ich jetzt den Rest das müssen wir noch mehr ja das müssen wir noch mehr Ah, er ist nicht die Unterzirkung. Der kann nicht tun, was ich mache. Black, ah, Black Peter. So, gerade. sterben ja würde ich jetzt auch endlich weg mit der hat ja lange genug gedauert 3.500 kens weiter habe ich genug kannst du jetzt langsam mal weitergehen ach perfekt Ja, dieser Krokodil ist sehr praktisch. Und weiter geht's nicht mehr, oder? Schatz-Eckness habe ich jetzt freigeschalten. Hier kann ich die mir nicht ansehen. Auch jetzt haben sich die Toren geöffnet. Ah, die aber nicht. Ach, von daher komme ich auch nicht weiter. Wofür haben sich jetzt die Toren geöffnet? Jetzt muss ich eh wieder von ganz... Moment. Was ich da gerade... Müsste da nicht weitergehen, oder ist dieser Weg auch verspürt? Ne, okay, da ist offen. Perfekt. Da geht's dann eh, wird doch. Ja, ne, Perfekt. Ich halte jetzt, äh, Magellan auf. Ich finde, dass ich Magellan und Fake Magellan näherte. Ich bemühe mich. Aber das ist immerhin das Haus. Wo ist Magellan? Da. Wie ist er jetzt verbündeter? Verwirr mich jetzt? Moment. Äh, der ist, glaube ich... Wir müssen ja eigentlich... Er ist da unten. Ja. Da. 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 Ich bin da bei Minotaurus. Wer ist da unten? Ah, Mr. Free. Ne, jetzt muss ich Minotaurus erstmal wieder besiegen, damit er keine Probleme macht. Ja, ich weiß, dass du in Schwierigkeiten bist. Lass mich erstmal unter Minotaurus da besiegen. Ich müsste jetzt schneiden. Ja, gut, jetzt fuck der mich. Ich komme an. Ich stirbe einfach. Ich nehme das Haus. Ich habe da noch ein anderes zu erlegen. Danke. Da bin ich sogar mein Zimmer gekommen. Oh, verdammt, der macht schon, ey. Scheiße, das ist nicht gut. Kannst du jetzt mal Scham bekommen? Root stage voll sind نفس mich, lieber Benny? Ich kann das nicht bakalım. Nun bekann das schon wieder kein Scham, ähh, der bekann fast gar keinen Scham. Das sieht scheiße für mich aus. Sie bekommt so gut wie fast keinen Schaden. Ist der zu overlevelt für mich? Das ist zu stark für mich. Scheiße, ich brauche unbedingt Leben. Jetzt ist er weg, verdammt. Ich bin echt noch zu schwach für den Level. Da muss ich dann ein Ton nachholen. Es wäre cool, wenn ich mal ein Level Up bekommen würde. Ja, jetzt wird es gesund, das ist gut. Das ist gut. Ich muss den Gegner füllen. Ich brauche einen Level Up. Ich brauche einen Krokodil. Ich brauche einen Krokodil. Ich brauche einen Krokodil. Ist der Tor versperrt? Ich brauche einen Krokodil. Da ist der. Da. Dann wird jetzt aufgerannt. Ich brauche einen Krokodil. Ich brauche einen Krokodil. Ich brauche einen Krokodil. die sind immer ich da gefühlt wenig schaden das ist noch ein marina Kommandant Letztesat war für Schwierigkeiten und Krokotilis Haus Ich brauch ein Level Up, verdammt Das ist ja echt mies gerade ... ... ohne eine Truhe, die man dem aufhüllt bis aufs Ganze Ja, danke, dass du mich nicht der Gegner anmüssen lässt ... spülen ... 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 Mal schauen, ah Marco kann ich da auch spülen. Ich glaube ich habe Lust Okay, wie sieht es bei uns? oder ich spiel doch krokodon ich muss dann mal wieder münzen fahren das ist unglaublich wie wenig ich wieder habe glaube nebenbei werde ich dann wirklich traumlock starten damit ich wieder münzen bekomme ja müsste sich ausgehen da bin ich jetzt voll ja dann spiel ich den krokodil der kann sich glaube ich auch wieder genauso wie marco regenerieren das ist ja alles blockiert das muss ich überspringen ja so muss das so wie das sofort auf und rett der eis war für dabei wird emma das ist das wichtigste stärke des helden das muss immer dabei sein bei deinen fähigkeiten damit du halt nach jeder 500 kurs angriff kraft dazu bekommst etwas ist ja ziemlich praktisch wenn du auf dauer dann immer mehr schauen musst mit die kämpfe dann etwas schneller vorangehen das wird ein spaß mit krokodil zu spielen ja da das hat das leben aus auch wenn man den toten boden das hier ist gehen von mir aus ich habe ich wieder los bekommen wird hier zu spüren aber vielleicht was da ist ich gerade geschaut habe kürzlich beziehungsweise bin ich ja nicht noch dabei das andere anzuschauen ich bin ich bin ziemlich aufhörter ich bin zwar ein von ihm gar die ganzen äh, Kanonen in Angriff wird als direkt auf. Steh aber einfach Tashige. Okay. Dann muss ich... ins Kisunawa spielen, wenn das so lange dauert. Ja, geht da. Was heißt das Aufleben auch? Ja. Ein wenig, oder? Ah, hallo. War noch irgendwas. Ja, ja. Besonders. Wow. Chill, mein Freund. Wann krieg ich denn den toten Boom? Hat glaube ich niemanden getroffen, oder? Ich weiß nicht, ob das überhaupt Leben aufgefüllt hat. Wann nur so ausgeschöpft. Oh Gott, please. Die übertreiben. Das ist... Ehren, ernst. Ehren, ernst. Okay, ich brauch' unbedingt wieder leben. Eh, die Marinensoldaten machen noch mehr schon als Tashige. Okay. Jetzt frag ich mich, ob ich nicht wieder leben. fights war. Steinen, probability war ja nicht toten Nothing before death Take me Nein Das Name ist echt recht гоist. Oh, mut suo, mut seu, jemezo ich fliege nach ca z ca el Dann hat erlalt mengifolit Ach Moment, muss ich von da aus einen Umblick machen. Ach, da ist Möcke, wie breitisch. Er wird sowas von zerstört. Aber der kann auch was. Wow, so viele Piraten ey. Kannst jetzt weitergehen? Hancock? Okay. Was geht mal? Oh, verdammts. Also, Sukokodori kommt mir irgendwie nicht zu verheiratet, weil er sich in eine Frau vernahm. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Es ist wieder ein Ereignis und keine Gewichter. Ähm, wie mache ich das jetzt? Gib mir Leben auch mal, das ist echt viel. Und wenn ein Wetterleve aufsteckt, das geht ja relativ schnell. Okay, oh verdammt. Was ist das, Chozo? Ja. Danke für dein Leben. Du bist der andere, okay. Ich mach das schon. Geh weiter einfach, Chozo. Geht zu deinem Ziel. Ja, geht sich aus. Gut. Dann kann ich da weiter machen. Geht zu deinem Ziel. Okay. Geht zu deinem Ziel. Geht zu deinem Ziel. Geht zu deinem Ziel. Geht es? Auch du lauf machen, aber... Schade, dass ich mich mal mit anderer verwende. Okay, und machen wir das jetzt, mit dem wir die zerstört haben. Mit White 4, oh, h, dann bin ich mit dem Knöcken, okay, das wäre krass. Und ich mich nicht einfach rüber teleportieren. Ja, also rüber, bei wegen, weil ich hier eigentlich fliege. Ja, der ist noch ein, der ist noch ein Stab, der ist noch weg. Oh, okay. Wir haben sie auch schon mit dem Und hier ist es gut, oder? Ich bin hier, Herr Schatz. Ich bin hier. 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 Ok, ich hab verspundet halt Also, er sterbt einfach Ach, kacke, ich hab doch keine Entegenaufergiften Hat er das Ziel jetzt endlich erreicht? Ich denke schon Ach, das ist immer kommentiert, ne? Weg von der Dive Oh, Jose ist jetzt hinzugekommen Rappelt wurde von einem voller der Marine-Satoten verletzt Jetzt wurde... Ist ernst Kann das einfach nicht zerstören Ein Charakter Ist ja zusammenverwandlich Oh, jetzt ist Mihawk am Start Oh, meinst du mir wieder da schmeckt Das war's für heute. Ups ja, egal Ah, das soll jetzt nicht mal zueinander gehen. Oh, das war's. Oh, oh, das war's. Oh, das war's. weitergehen was ist jetzt los und wieder die Musik geändert Es sieht so aus wie früher aus, ne? Da ist es so sehr wenig versperrt. Das ist wahrscheinlich dort, oder? Ich schein mir das Übelkammer. Oh, da ist der Lieg verspürt. Kann ich das Ding zu zerstören? Nein. Ich unterstütze mit Waffe, schon wieder sparen. Ja, andere Möglichkeiten habe ich ja nicht. Wo sind sie überhaupt? Waffe ist da. Schon wieder unten, okay. Ja, ich kann sie unterstützen. Wenn ich die Gegner einfach so zerstören in der Nähe. Ah, da geht es richtig zur Sache. Okay. Oh, verdammte. Jetzt geht es ja richtig ab. Oh, verdammte. Okay. Zettel aufräumen. Ja dann. Zettel aufräumen. Mh. Oh, stop! jetzt gibt es richtig aber das gibt mir sicher viel kann okay wow dann fucking Du machst mir ja ziemlich viel Scham Jetzt habe ich dich das Leben aus Okay, ich komme schon Oh verdammt Oh Flamengo Oh Oh Flamengo Oh 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 Hast du noch immer Schwierigkeiten Hey Was machst du Raffi? Geh einfach dahin wo du hin musst Kümmere dich nicht um die kleinen Gegner da Hast du nicht nötig Du bist doch Flamengo Du bist doch Flamengo eigentlich Da Du bist doch Flamengo eigentlich Da Oh verdammt das voll Hier ist es ungewollt Na toll Oh 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 krass Na aufnahme Ich sehe fast nichts mehr Ich sehe fast nichts mehr Oh Oh Zerstörter Oh 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 So Kyuu is Oh Oh Ja. Am besten ich kümmere mich um den Puppenspieler. Das ist mein Willkommensgeschenk an Tophelmega. Ich hoffe es hat gesessen. Das ist mein Willkommensgeschenk an Tophelmega. Ja, zuerst mal, wenn ich jetzt doch Flamengo töte. Der hält ziemlich viel aus. Der Angriff Boost kommt jetzt etwas zu spät, aber egal. Ich könnte jetzt noch Kisara überlegen. Ich denke, dass man wirklich ihn aufschneidet, weil ich Bock da habe. Das ist ein Schusserhead. Und wie schmeckte das, Kisara? Wie? Wo bist du? Bei mir? Nee. Ich bin ausgerinnert da, da ist mir keiner geht mehr. Das ist euer Problem. Ach, Moment. So. Entschuldigung, jetzt habe ich dich. So. Dann habe ich jetzt auch mitgenommen. Ich hoffe, du überlebst noch. Oh Gott. Ich verstehe nicht, was du da noch sagen. Ich habe jetzt eigentlich schon alles ausradiert. Ja, keine Gegner mehr da. Alles ausgelöscht. Ja, jetzt mache ich das noch. Ich bin vor kurz, als ich nicht der Löse. Oh Gott. Nein, 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 nein. Ich bin das. 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 Ah, Kushi, ok. Oh, Kishi. Das wird dann Spaß. Boah. Ja, natürlich geht das daneben. Lassen Sie sich nicht aussagen. Okay. Doch, okay. Perfekt. Ich liebe dich, ich gehört. Okay. Kennen Sie geht nochmal verschwinden? Warum nicht? Ich bin nicht nur an Küche, aber das wird noch. Oh, okay. What the fuck? Der hat sich geportet. Wie soll ich das verstehen? Meine Güte, lass mich doch mal einen Angriff machen. Moment mal, Moment mal, Moment mal. Ich bekomme ich dafür auch noch einen Schatz. Also, für Legende ist das dann. Perfekt. Weg mit dir. Bis er verspürt. Das war SSS. Mit 24 Minuten war das noch erst. Das ist geil. Ja. Ja. 32. SSS. 35. Jetzt müsste ich fast alles haben, oder? Oh, Schatz, irgendwas fehlen mir. Noch welche. Noch welche. Wow, das sind da ziemlich viele Munzen, die ich da bekommen habe. Ja, jetzt kann ich Marke nutzen. Territisch könnte ich das noch mal. Ja. Ja. Bis ich hier alle starken Gegner habe ich nicht alle starke Gegner erledigt. Ja, das wird jetzt krass. Aber ich bin jetzt schon zwei Stunden dabei. Ich bliege gerade, ob ich noch weiter spielen möchte. Wenn sonst würde ich das... Du musst das nächste Mal verschieben, ja. Das ist schon ziemlich spät. 15.02, äh, äh, ja, 15.02, genau. Nein, 2.15 ist. Und ich glaube, es bringt auch nicht mehr viel weiter zu tun, wenn... Bitte weiter zu spielen, ich werde jetzt auch nicht mehr gelassen. Also deshalb werde ich auch aufwählen jetzt. Ähm, schaue ich, dass ich beim nächsten Mal vielleicht noch etwas Münzen farme. Und dann geht es auf zur neuen Welt. Wir sehen uns beim nächsten Stream dann wieder. Beziehungsweise wir hören uns dann im nächsten Stream wieder. Goodbye. Und ich wünsche jedem, der noch jetzt zusieht, ich habe jetzt einen Zuschauer dazu bekommen. Ich dachte, ich wäre alleine, ja, egal. Ich höre jetzt auf und wünsche denjenigen, der noch zusieht, eine gute Nacht. Goodbye. Äh, ja, ich glaube, nächstes Mal werde ich noch weiter mit von Peace Power Rangers 3 spielen. Oder vielleicht sogar Dark Souls 3 weitermachen. Mal schauen. Also, wie ihr es jetzt seht. Und jetzt sage ich zum letzten Mal und für immer Goodbye. Für diesen Stream. Ja, schau du bei mir. Ich glaube, ich bin sehr süß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.